Der Königin des Friedens an Petro Regis 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 Ich danke euch, dass ihr mir erlaubt habt, euch wieder einmal hier zu versammeln. Ich segne euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt in Frieden. Liebe Freunde, die Mutter Gottes spricht in der Botschaft einen sehr wichtigen Punkt an. Die Verlassenheit. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die gläubig sind, die für den Glauben einstehen und deshalb natürlich auch oft angefeindet werden, die fühlen sich zwar oft verlassen, aber im Herzen sind sie niemals allein. Papst Benedikt XVI. hat 2005 in seiner Predigt zur Amtsübernahme dazu einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Wer glaubt, ist nie allein. Denn selbst wenn man sich oft einsam und verloren in dieser großen weiten Welt fühlt, in unserem Inneren ist immer jemand da, der auf uns wartet, der uns tröstet und uns Mut macht, immer weiterzugehen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und ihm sollen wir auch voll und ganz vertrauen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gottes Segen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gelobt sei Jesus Christus, Maria und der heilige Josef. In Ewigkeit. Amen.